Das Familienunternehmen Bechem entwickelt, produziert und vertreibt weltweit hochwertige Spezialschmierstoffe und Metallbearbeitungsmedien für fast alle industriellen Anwendungsbereiche. Die Drahtindustrie liefert bisher zinkphosphatbeschichtete Produkte, die dann weiter in der Schraubenindustrie verarbeitet werden. Unsere Herausforderung war in diesem Falle, wie können wir die Zinkphosphatbeschichtung weglassen bei gleichen Effekten und gleichem Schmiergrad. Der prämierte Schmierstoff bietet erstmals eine umweltfreundliche Alternative zur Beschichtung von Drahtoberflächen. Wir können die ganze Produktion beim Kunden deutlich energieeffizienter machen in der Schraubenproduktion. Der Verschmutzungsgrad ist deutlich geringer, die Energieeffizienz ist deutlich höher und wir haben zusätzlich höhere Werkzeugstandzeiten bei den Werkzeugen und bei unseren Umlaufölen beobachtet. Becham hat ja die Vorreiterrolle übernommen bei der Entwicklung dieser phosphatfreien Oberflächenbeschichtungssysteme. Andere ziehen inzwischen nach. Unsere Mitgliedsfirmen bei uns im Verband nutzen das schon großflächig, viele schon erfolgreich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017